doch es war doch das andere wo wir geflogen sind und auf dem plattform landen mussten wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben irgendwelchen dings pubs lobbykram gemacht und dann wollten wir noch was spielen und da haben wir hier dieses insolven gegen irgendwas gespielt und dann ist jemand aus der lobby geflogen weiß internet weg war stimmt da haben wir doch insolven gespielt mit zweimal wechseln ach oder das war was lustig ich habe euch alle runter ich bin der beste also wenn es um ram geht weiß marki wie es am besten es geht auch um autos also beides vorteil autos hast du keine chance gegen markus wenn man weiß wie ich fahre ich kann auf jeden fall ich kenne auch wenn man konnte sich die aussehen ja ich habe jetzt irgendein auto bekommen was und schreiben da kevin hat wieder das nur mehr im auto genommen das vorgabe als erstes vorgabe auto ja morris hat verstanden ja ja schon genau die eigene teamkollegen wendel das ist die richtige taktik hier baby ich komme da war mir die ganze zeit im greif das nervt der hatte keine lust mehr ja doch eigentlich ich habe einen wechsel die weg gescheppert vor allem ich wollte eigentlich den schön mitnehmen weil das genau perfekt war und in dem moment fährt das auto vor und ich ziehe voll vorbei und ich glaube ich gucke sie noch aus und wenn man blick geht das scheiße wir haben zwar tot aber haben gewonnen ist eigentlich alle gestorben ja ja kevin war der zweiten bonus punkt beim zweiten bonus punkt das habe ich noch nie erlebt als wenn du was kümmern richtig verkrankt meinst du die kämpfe dann mir vorbeigebraust ist ja ja ich weiß nicht schön unterstufen und damit immer menschen glaube ich mag die weg gescheppert ja ja alles gut was sie jetzt nein ich habe ja ich bin über marki geflogen über kevin da geht er ja schon fliegen aber du wolltest mich weg haben und fließt genau drüber und dann landes hinten der haus los per die du schaffst das machen jetzt los baby jetzt gegen drei baby du schaffst das es ist schon irgendwie unfair egal da gibt es keine gibt es weiter ich habe aber nicht gesagt dass ich das da jetzt musst du dir aber noch einschaffen ich habe unsere ahre gerettet jungs ja ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich baby aufhalten aber ja ich wollte ich wollte ich habe nicht gesehen dass das da nicht weitergeht und bin dann da weitergefahren wieder auf die nächsten plattform zu gehen und dann war das problem hier mit dem motorhaufen bei den super sportwagen ist weil sie so flach sind da fliegst du stehen das gibt flach liegende neue bedeutung da machen wir seit jetzt als 1 so weit ist es schon wieder versuchen nein ich habe marke kurz aufgestochen so weit ist es schon wieder so weit ist es schon wieder das sind die jungen ich kann auch wieder zurück bei dem Moment im falschen Moment ist der war das Auto rüber nein nein ich will nicht sagen, aber irgendwie sieht man arsches kleiner aus noch kleiner? nein 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 tschüss oh lass mich hier drüber warum hat das denn keine Handbremse? weil es den Modus nicht gibt Maugold, da war hinter dir Mensch ja, ich wollte auch zurückfahren, aber da war schon wieder drin ich habe Angst berechtigt ich bin jetzt die ganze Zeit jetzt so bis du tot bist ich weiß nicht, dass du dich diskriminieren willst ich habe heute Morgen gepinnt mit dem rechten Schubs aber nein da war doch ein bisschen Abstand nein 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 ja, ich bin zu langsam, ich kenne KOTZEN nein, ich bin zu langsam, ich kenne KOTZEN aber Sven Sven, genau an der gleichen Stelle hat mich auch erwischt ich war zu langsam, ich kenne KOTZEN eine Runde vorher der gleichen Stelle du zweiter du zweiter haben sie mich nicht fertig gekriegt ne, weil wir uns zu doof angestellt haben mehr oder weniger Marki hat sich komplett verbrannt oder was da passiert dort eben aber Sven, du hast mich aus der Motoraube drüber weil Sven sich gerade den Moment rumgedreht hat aber es wäre ich wieder weg du lachst mich aus weil ich an der Stelle runter geflogen ist und was ist eine Runde später genau dasselbe wie viele Runden muss man dann gewinnen? drei ne also Penny, du weißt Bescheid, ne? ja das kriegen wir noch hin Penny 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 Schau Schau Lennart 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 ihr guckt einfach zu viele Nordserien du denkst du wie es ist ja Kult besser als die Young Shale Young Shale ist einfach nur nervig Young Shale ist ein Exempelhubi, wo ich das erstmal gesehen habe und hab ich gedacht scheiße und dann noch 3 Folgen klug es war ich hatte nochmal jetzt komplett durchgeschaut von 1 bis Ende 0 ich gucke ich freue mich auf Netflix trotzdem hat die Young Shale nicht den gleichen schon wie der richtige Schäden der Erwachsene Schäden leider keine Schäden so kleiner klug scheiße der Young Shale kenne ich nicht mal ich kenne nur so ein paar Folgen aber ich habe jetzt ja die Kammer bei ProSieben kann die Young Shale läuft da immer noch ProSieben mit Monday leider haben sie jetzt bei das ist auf beiden Seiten weg damit weg damit zweiter Punkt jetzt sterbe ich wieder ja wie sie hat denn jetzt keiner runter gerammt von euch nein im Moment weggezogen also ich wollte das eigentlich mal kurz kommen rein der debatt das baby drüber schützen wer vergisst es ich bin ich bin da ja zuschauen ich bin da ja zuschauen ich bin da für die Motorhaube jetzt aufgemacht geblieben 1 d 4 1 wie sich alle noch gerettet haben herrlich Kevin, bremse und hier blockier Baby Mist Tschüss Wer hat auch immer da rausgeguckt? Das war Marki, Marki wollte mich rausschäpern wieder Los, Baby, fahr Nein Ich will es alle zusammen quetschen Baby, komm Nicht mich Nicht mich Wuhuhuhu Oh, vielleicht sagen wir auch Erst schauen wohin der Punkt stirbt Hilfe, wir sind los Nein, lass mich rein, lass mich rein Ich war zurück, aber hinter mir war jemand Nein, lass mich rein Oh ja, alle drinnen, ich krieg die Kugel Das ist aber verdammt eng gleich Nein, nein, denk dich wohl heran Nein Nein Ich bin voll Ich bin voll Ah, Camp hat mich ausgetrickst Jawohl Warum ist nicht der Planer der Sache eigentlich Du bist nach rechts abgebogen und ich dachte, du bliebst nach links Nee Dann hab ich die Kurve nicht mehr bekommen Ja Nein Wer war das? Sven? Jawohl Nein, Baby Baby, du schaffst das Nein, nein 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 Du schaffst das Baby stürzt Ja Hachas Support list So was nochmal einfach aus Er hat dich gesagt, was sie schafft Sein schafft die Niederlage Ich hab zwei zwei jetzt, ne? Wumpf Geile Runde Geht los Ich seh' uns schon wieder alle kommen Alle bis zum Ende Du siehst du uns alle kommen, das ist aber interessant alle kommen zum ende ja aber vor allem hat es folgt an der handzeit eine weile ruhe markus hat gar nicht mehr geworfen ich war ja auch der erste raus war oder ich habe jetzt gedacht ich bin da raus ich dachte ich krieg aber dann ich habe nicht gesehen das war tatsächlich denkt dass sein eigener kollegin raushaut ist ja nicht so dass es schon mal vorgekommen ist nein alles gut entscheidende runde jetzt ich war das ja denn was tun wir hier ich habe der grabe aber gerade babys autorität und hier verabschieden wir uns vom baby wir haben nein wenn man das will nur für die ruhe gut 2 ja 4 4 baby vor vorwärts da habe ich aber gerade gesagt dass ich jetzt mit raus aus dem rennen nehmen ich habe dich nicht genau so wie komme ich nicht das war ich ganz gut das ist angehoben wollte ich dachte ja ich wollte mit schieben ich wollte die seite mit sich runter aber naja alles gut ihr macht euch schon jungs und mädels und raus ist die frau doch aber kevin was du gemacht hast du die baby hat schon eine kontrolle ich wollte die finalen stoß setzen ich habe mich hat die ganze zeit nach links gedenkt und ich habe jetzt gebremst zu hoffen dass ich noch weg bremsen kann ich habe gesehen dass er gut gekämpft hat ich habe mich da noch mit gerammt nicht gleich zweimal richtig gerammt das wurde mal eine schöne runde wieder gedreht von das ist da draus baby baby okay sagen du sollst du hast du gerade aus dem halt weil gerade ein name verschwunden war bei einem team und die hat nun nicht blockiert nur ich nur nicht so fährst du denn hin aber baby schön dass du mal wieder da bist ja das aber man merkt es tatsächlich so ein bisschen dass es wieder eine ganz andere stimmung wenn baby da ist und da als wenn sie für wenn sie fehlt das ist halt anders